Hey Leute, was geht? Sepp hier. Passend zu diesem wunderschönen Wetter, nicht, wollte ich kurz mal ein Video dazu machen, wie es aussieht, wenn man erkältet ist. Soll man dann trainieren gehen? Soll man dann noch härter trainieren? Soll man dann Cardio machen und in die Sauna gehen, um es rauszuschwitzen? Da gibt es ja alles mögliche, was da in Voodoo-Science eigentlich mal betrieben wird. Aber ganz kurz, Training bei Erkältung. Zunächst einmal sei ganz klar gesagt, wenn du, ja genau du, wenn du das nicht einschätzen kannst und krank bist und gerade das Video dir anschaust, dann solltest du definitiv zu Hause bleiben und nicht trainieren. Wie bei fast allem im Leben, außer vielleicht bei der Liebe oder sonstiges, sollte man definitiv eine Kosten-Nutzen-Tabelle aufstellen, wenigstens im Kopf. Dann schreibt man eben links den Nutzen und rechts die Kosten, wobei bei den Kosten auch mögliche Risiken einkalkuliert werden müssen. Machen wir doch einfach mal diese kleine Kosten-Nutzen-Tabelle. Also links steht dann Nutzen, wie gesagt, und da würde man dann draufschreiben, irgendwie 2 Gramm Muskeln oder so, weil viel mehr wird in einer Woche eh nicht passieren. Und rechts, meine Freunde, schreibt ihr einfach die Kosten und Risiken von einer Woche trainingsfrei auf. Und bei einer Woche trainingsfrei und ordentlicher Ernährung gibt es dann einen Muskelverlust von, ich sag mal, 0 bis 2 Gramm circa, weil viel mehr wird man in einer Woche nicht verlieren. Also dann kommt dann rechts in die Tabelle 0 bis 2 Gramm Muskeln. Dann kommt dann noch rein die Ernährung, nicht die Ernährung. Die Krankheit kann sich verschlimmern oder verlängern. Dann kommt noch, ja, die Workouts werden wahrscheinlich nicht gut sein. Und der Tod. Serious, ich meine das ernst, der Tod ist eine mögliche Konsequenz. Also es haben schon Leute geschafft. Ich sag, es ist zwar unwahrscheinlich, aber es haben echt schon Leute geschafft, sich damit umzubringen, indem sie eben mit einer starken Erkältung ins Gym gegangen sind, trainiert haben, was auch immer, Cardio gemacht haben und dementsprechend sich eine Herzmuskelentzündung abgeholt haben. Und jetzt braucht man sich nur die Differenz anzugucken. Also ich sag mal, 2 Gramm Muskeln dazugewonnen, 2 Gramm Muskeln verloren, ja, das macht 4 Gramm Muskeln Unterschied und als mögliche Risiken eben, dass die Erkältung länger dauert, sich verschlimmert und dass sie auch sterbt. Und jetzt will ich euch, meine Freunde, selbst entscheiden lassen, weil ihr wahrscheinlich alt genug seid, welchen Weg ihr selbst gehen wollt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn ich nicht wirklich erkältet bin, sondern, ja, ich hab 3 Mal irgendwie gehustet und 2-3 Mal genossen oder genießt, keine Ahnung, soll man dann auch nicht ins Gym? Da muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich kannst du dann ins Gym. Es ist ganz klar, wenn man jetzt 2 Mal am Tag gehustet hat, dann ist man nicht erkältet und man kann natürlich jede Mücke zum Elefanten machen und das soll man definitiv nicht machen. Ich bin der Meinung, wenn man eben sich fit fühlt, wenn man sich fresh fühlt, wenn man jetzt nicht übelst die Anzeichen hat, dass man erkältet ist, dann kann man auch definitiv ins Gym gehen. Wenn der Körper natürlich merkt, hey, das war too much, dann wird er euch das definitiv sagen. Wenn ihr euch ausgelaugt, schwach und sonstiges fühlt und das nicht üblich ist, dann solltet ihr definitiv nicht ins Gym gehen. Wenn ihr euch aber natürlich fresh fühlt, dann spricht auch nichts dagegen, ins Gym zu gehen und alles zu geben. Also, um es zusammenzufassen, wenn du krank bist oder dir nicht sicher, dann solltest du definitiv zu Hause bleiben, für alle anderen, ihr könnt natürlich ins Gym gehen, man soll nicht alles übertreiben. Zum Schluss, wer mit Antibiotika und sonstigem rumhantiert, der sollte definitiv den Rat eines Arztes aufsuchen und sich nicht im Internet über sowas erkundigen. In der Regel gilt, wenn man zum Beispiel 7 Tage Antibiotika genommen hat, dann soll man natürlich die 7 Tage pausieren plus den gleichen Zeitraum der Einnahme, in dem Fall natürlich weitere 7 Tage, bis man wieder einsteigen kann. Das war's auch schon mit dem Video, falls dir das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch, kommentiert mit euren Fragen und ansonsten wünsche euch einen wunderschönen Tag und erkältet euch nicht, meine Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace out.